Hallihallo und willkommen zu einem Test vom LSPD-FR, Polizeisimulator für GTR5. Ich habe schon angefangen mich zu dem Dienst zu bewegen und wir fahren einfach mal durch die Gegend und schauen was so passiert. Wir halten uns mal ein bisschen die Verkehrsregeln. Ich muss dabei sagen, es ist nur ein Test, es ist noch keine großen Einstellungen gemacht worden und ich spiele mit Tastatur und Maus und kein Gamepad. Deswegen sieht vielleicht das Fahren etwas abgehackt aus. Aber macht nichts. Mir gefällt es bis jetzt. Hier möchte ich nicht. Da hat jemand Sprit geklaut. Upsi, das war meine Schuld. Ja, die Ampelfahrten sind unheimlich lang in diesem Spiel. Deshalb wollte ich eigentlich die Ampel versuchen zu umgehen. Wir werden auch direkt Verstärkung rufen. Ja, sag mal, halte Schnitts. Ja, guck. Es geht auch fair. Dann mach dich runter, Jungs. Den nehmen wir trotzdem nochmal. So, du Sack. Den nehmen wir trotzdem nochmal. So, du Sack. Ach, komm, Kollegen kommen auch nicht. Ja, das ist so jetzt hier. Komm, wir gehen mal rüber. Ach, jetzt kann ich noch gar nicht in meinen Koffer raumpacken, mir meine Gesundheit aufzufüllen. Ich habe dieses Plugin noch nicht geladen. So ein Sheet. So, die stellen wir es mir hin. Komm, hier, pass mal auf, mein Freund. So, du kniehst dich jetzt mal hin. Und ich funke einen an, der dich abholt. Wir fahren unser Autochchen weg. So, du scheiß mal ganz dreist auf die Mülltonne. Entschuldigung für diese Wortwache. So, da haben sie abgeholt, die Jungs. Was willst du denn hier? Das ist doch nicht mehr los. Was ist denn hier los? In diesem Staat. In dieser Stadt. Oder hat das Plugin mitgeladen, dass ich den Kopf aufpacken kann? Hm, nö. Jetzt aber. So. Ich bin angezogen. Und ich habe natürlich auch eine, das heißt natürlich, ich habe auch eine Waffe bekommen. Aber wir lassen den schönen Elektroschocker bei uns. So. Ich habe jetzt keine Lust zu. Wir halten... Wir halten... Wir halten... Wir halten da mein Auto an. So, Spaß. Das ist wahrscheinlich gleich in der Rotenabestehen bleibt. Das ist wahrscheinlich gleich in der Rotenabestehen bleibt. Der haut ab, der Sack. So, mein Freund. Wenn du jetzt weiter machst, hole ich gleich das Snooze-Helikopter, dann ist sowieso rum. Ja, das sind schon die Kumpel, siehste. Die machen nämlich hier... Ja, super. So. 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 Dein... Okay. So. So. Wie gesagt, nur ein Test. So, und diese Dame hier hat wohl ihr Auto vergessen. Oder der Herr. Darum. Lass mal den mal abschleppen. Ich weiß nicht, ob das geklappt hat. Ja, wo hängst du denn hier? Ja, das wollte ich natürlich nicht. Das wollte ich auch nicht. Ich muss ihn jetzt mal hier hin. Dann klappt's, glaube ich. Ja, jetzt klappt's. Ich muss ihn nur richtig hinstellen. Ja, 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 ja. Ach, Entschuldigung. Hier steht man. Autoschen noch ganz alleine. Einmal verlassen. Und es ist kaputt. Hier will man einmal einen anhalten. Und. Wie direkt beschlossen. All units. Citizens reporting. A civilian in need of assistance. In... Vinewood Hills. Queen 2. We are on our way. Roger that. Where are we? You hit me. Peace. Ain't this shit... Fuck this shit. Was machst du denn da? Ich glaube, die ist strahlig, oder? Ja, die das. Naja, was jetzt passiert, weiß ich auch nicht. Ja, super, Kollegen. Ja, der Hubschrauber ist schon mal da. Ihr Junge, seid ihr blind und taub, oder was? Ihr kleinen Affen. Upsi. Moral hier. Baustelle. Ja. Schön, dass wir es überschlagen haben. Ach, der ist es gar nicht, der unten ist das. Scheiße, wollte ich mal halt den einen vor Jahren. Oh, ein harter Unfall. Ja, mach dich doch mal weg, den Karrenvogel. Bye-bye. Fuck this shit. Please. hallo das polizei gewalt leg dich hin so die wird gerästet die toller ja wo willst du hin so but you're on the ground dieser hellen echt ihr seid richtige hellen ja die haben ja das ist doch ich verstehe es manchmal nicht so dann lass ich das fahrzeug abschleppen wenn es denn geklappt hat hat natürlich nicht geklappt dann holen wir schon mal das ist so klasse hier frau ich würde weg gehen ja ich fahr meinen wagen da wir kommen oh man oh man oh man oh man so die toller wird jetzt in knast transportiert so nur warten müssen hier alle klarkommen so der verkehrstau löst sich auch auf und somit war unser test von lspdfr etwas holperig aber er hat funktioniert und hoffen dass er weiter so gut funktioniert ich lass die einstellung erstmal so mir gefällt das und wir werden sehen was beim nächsten mal passiert bis dahin wünsche ich euch natürlich was in diesem sinne hoi dojo ho und auf wiedersehen und bis zum nächsten mal schau machts gut euer mühsa